Es mutet auf den ersten Blick absurd an, aber in deutschen Großstädten stehen Dutzende bis Hunderte Wohnungen leer. Viele davon in begehrten Lagen und das, obwohl sie zumindest teilweise sofort bezogen werden könnten und es zudem auch mehr als genug Interessenten gäbe. Wie kann das sein? Ja, das ist erstaunlich. Es gibt tatsächlich leere Wohnungen in vollen Städten. Manchmal hat das ganz banale Gründe. Manchmal dauert einfach eine Neuvermietung etwas länger als gedacht oder eine Modernisierung steht bevor. Aber da beginnt auch schon eine Grauzone und die wird von manchen Eigentümern gerne genutzt. Und manchmal geht es einfach auch darum, einfach mehr Geld aus einer Wohnung herauszuholen. Was Genaues damit auf sich hat und was das für den Wohnungsmarkt, für Mieter und auch für Vermieter bedeutet, das klären wir heute in dieser Folge von Zwei Zimmer Küche Bad. Zwei Zimmer Küche Bad. Wie wohnen wir und was ist es uns wert? Der Podcast über Immobilien und Wohntrends zwischen Stadt und Land. Mit Wissenschaftsredakteurin Céline Lauer und Wirtschaftsjournalist Michael Fabritius. Ja, herzlich willkommen bei uns und bei einer neuen Folge von unserem Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Wie immer blicken wir aus ganz verschiedenen Perspektiven auf unsere Themen. Wir haben Trends auf dem Immobilienmarkt im Blick, manchmal ganz praktische Fragen und manchmal aber auch eher gesellschaftspolitische Probleme, so wie in dieser Folge. Ich ordne die Entwicklung aus einer wissenschaftlichen Perspektive ein und schaue besonders darauf, wie Menschen in Deutschland wirklich wohnen und was sie sich wünschen. Ganz genau. Und am Schluss der Folge gibt es für jeden von euch ein Fazit. Egal, ob ihr Mieter seid, eine Immobilie besitzt oder perspektivisch gerne eine hättet. Wenn ihr selbst Fragen oder Themenanregungen habt, freuen wir uns immer über Post an 2zkb.welt.de. Okay, aber jetzt erstmal zu unserem heutigen Thema spekulativer Leerstand. Was tun, wenn Wohnungen zwecks Profit unvermietet bleiben? Michael, du kennst doch bestimmt das Geisterhaus von Friedenau, oder? Ich habe schon mal davon gehört, aber ehrlich gesagt, die Details kenne ich nicht. Ich erzähle mal. Ich vermute jetzt mal nicht, dass es daran spukt, oder? Nee, also Friedenau, für alle da draußen, die es nicht wissen, ist ein Stadtteil von Berlin. Natürlich, wie immer geht es hier um Berlin. Und auch dort ist es aber so, dass da keine Poltergeister oder weiße Frauen oder sonstige Spukgestalten hier Unwesen treiben. Schade. Ja, tatsächlich wohnt dort niemand. Also niemand, niemand. Also nicht mal irgendwelche Gespenster. Und das ist auch schon seit mehr als zehn Jahren so. Also man muss sich das so vorstellen, das ist eigentlich ein wirklich sehr schönes Eckgebäude aus der Gründerzeit. Noch mit wunderschönen, ja so Jugendstil-Ornamenten an der Fassade. 16 Wohnungen, so rund 50 Leute könnten dort leben. Aber wie gesagt, seit 13 Jahren stehen diese Einheiten leer. Mittlerweile ist es sogar schon so weit gekommen, dass die bröckelnden Fassaden Passanten gefährden. Es ist nichts passiert. Die Eigentümerin zahlt lieber Bußgeld um Bußgeld. Sie wurde schon vom Bezirk aufgefordert zu sanieren, zu vermieten, ist sogar vor Gericht gezogen, hat aber verloren. Also man sagte, jawohl, sie muss dieses Gebäude wieder herrichten und vermieten. Das Verfahren zog sich aber ewig in die Länge. Dann musste man erst mal prüfen, ob das Gebäude überhaupt noch bewohnbar ist. Wahrscheinlich hängen da draußen diese ganzen Netze auch dran, um diese Fassade zu schützen. Ja, es gab so Baugerüste, die da auf dem Bürgersteig aufgestellt wurden, damit dir da kein Schluck auf den Kopf fällt. Naja, es sieht jetzt so aus, als würde es endlich ein Happy End geben. Es soll ein Treuhänder eingesetzt werden, der dann repariert und das nötige Geld dafür auch vorstreckt. Und wenn dann die Wohnungen erst mal vermietet sind, die Reparaturen bezahlt sind, das Haus dann wieder an die rechtmäßige Besitzerin zurück übergibt. Ja, das ist wirklich ein erstaunlicher Fall, gespenstisch schon irgendwie. In einer Stadt mit Wohnungsnot wie Berlin ist das eigentlich auch unverantwortlich, muss man sagen. Und da kommen wir zu so einer Grundsatzfrage, die immer wieder mal von Eigentümern und Vermietern so selbst aufgeworfen wird. Und da geht es um Artikel 14 im Grundgesetz. Da steht halt sinngemäß drin, Eigentum verpflichtet, wird ja oft genug zitiert. So, und was heißt das? Manche Eigentümer denken halt, sie können einfach frei verfügen über ihr Eigentum, wie über ein Auto. Ja, das kann ich fahren, wie ich will und hinstellen, wo ich will. Wobei, da merkt man auch schon, das stimmt ja auch nicht so ganz. Und es stimmt auch im Fall der Immobilien nicht, vor allem nicht der Wohnimmobilien. Weil auch die gesamte Stadtgesellschaft und Einzelpersonen haben ein berechtigtes Interesse an Wohnraum. Auch privat, ja. Ist auch schon höchstrichterlich vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe mal so entschieden worden, dass also vorweg ein Haus oder eine Wohnung, die man besitzt, kann man nicht einfach so benutzen, wie man will. Oder auch verfallen lassen, wie man will. Dein Fall mit dem Geisterhaus, das zeigt ja aber auch, es gibt echt unglaubliche Einzelfälle. Und manche haben aber auch einen nachvollziehbaren Hintergrund. Also nicht immer steht jetzt reines Renditeinteresse dahinter, wobei Renditeinteresse ist ja an sich auch nichts Schlimmes. Aber manchmal wird es eben überreizt. Manchmal gibt es auch andere Gründe. Manchmal steht einfach Überforderung dahinter von privaten Vermietern oder noch andere persönliche Geschichten, auch Schicksalsgeschichten. Aber eine Sache steht fest. Fast immer bei solchen Leerständen geht es um privat vermietete Wohnungen. Genossenschaften oder kommunale Vermieter treten da eher selten in Erscheinung als Leerstandsinhaber. Jetzt könnte man glauben, bei den Privatvermietenden ist das ein eher kleines Problem. Aber das ist für uns alle eine schwierige Lage, denn jeder Quadratmeter wird gebraucht. Du hast es gerade gesagt. Wir haben überall, gerade in den deutschen Großstädten, Wohnungsnot. Wenn Gebäude verfallen, geht außerdem noch bezahlbarer Wohnraum verloren. Wenn die so lange leer stehen, dass man sie nicht mehr benutzen kann. Und jetzt gibt es natürlich auch Fälle, da stehen nicht ganze Häuser leer. Also solche Geisterhäuser sind schon das Extrem. Aber es gibt auch Wohnungen oder Gebäudekomplexe, in denen einzelne Wohnungen über Jahre leer stehen. Und die Menschen, die dann noch da drin wohnen, in einzelnen Wohnungen, die müssen sich dann mit Feuchtigkeit oder Schimmel rumschlagen. Das ist auch ein großes Problem. Die Grundsatzfrage, die man sich natürlich stellen muss, ist, warum stehen diese Wohnungen überhaupt leer? Wirkt ja erstmal irgendwie relativ sinnlos, weil es gibt ja dann keine Mieteinnahmen. Das heißt, die Eigentümer verdienen daran erstmal nichts. Die Substanz wird, wie gesagt, nicht gepflegt oder erhalten oft. Was genau soll daran denn lukrativ sein? Ganz grob gesagt gibt es darauf zwei Antworten. Einerseits können Eigentümer Wohnungen sehr viel teurer verkaufen, wenn niemand da drin lebt. Und andererseits können sie aber auch darauf hoffen, dass sie irgendwann das ganze Gebäude abreißen dürfen, wenn es eben auch nicht mehr bewohnbar ist, und dann neu bauen dürfen. Wohneinheiten, die sich dann entsprechend sehr viel teurer veräußern lassen. Ja, also wie du schon sagst, das mit dem Vermieten, wie lukrativ das ist, das wird manchmal auch ganz schön überschätzt. Also eine Wohnung leer stehen zu lassen, ist manchmal gar nicht so unwirtschaftlich, muss man sagen. Mal nur ein paar einfache Zahlen als Beispiel. Bei 1.000 Euro Kaltmiete, und das ist schon gar nicht mal so wenig, bei einer 120 Quadratmeter Wohnung, sind das nach allen Kosten und Rücklagen, die man denn ja abziehen muss als Vermieter, bleiben da ungefähr 8.000 Euro übrig pro Jahr. Nicht mal so viel. Hätte ich jetzt intuitiv mehr geschätzt. Ja, und zwar trotz aller Mietpreissteigerungen, die wir jetzt hatten. Ja, also da wachsen die Bäume nicht in den Himmel. So, jetzt ist diese 120 Quadratmeter Wohnung, ist in den letzten Jahren ganz schön im Wert gestiegen. Also meistens auch wesentlich schneller, als die Miete gestiegen ist. Und diese Wertsteigerung, wenn ich die gerne realisieren möchte, klappt das am besten, wenn die Wohnung unvermietet verkauft wird. Vermietete Wohnung ist schlecht aus Käufersicht, weil da erbt man gewissermaßen einen Mieter mit, mit einer nicht so tollen Miete und ist nicht so attraktiv. So, mal angenommen, diese Wohnung hat früher mal 500.000 Euro gekostet. Wenn die jetzt ein bisschen Wertsteigerung hatte und ist unvermietet, dann bekomme ich dafür 650.000. Das ist eine relativ typische Preissteigerung, also 150.000 Unterschied. Das ist umgerechnet, in diese Mieteinnahmen sind das 19 Jahre. Und da sieht man, diese 8.000 Euro im Jahr, haben oder nicht, sind dann fast egal. Da kann es mir egal sein, ob ich mal fünf Jahre auf Mieteinnahmen verzichtet habe. Eben. Und wir reden jetzt hier von einer Wohnung, die nicht mal saniert worden ist. Man könnte die Wohnung auch behalten und warten, bis der Mieter auszieht. Und dann irgendwann nach ein paar Jahren, man kann ja immer noch sehr lange warten, sanieren. Und dann steigt die Miete sogar von 1.000 auf 1.500 Euro. Und dann kann ich ja sogar noch mal weiterverkaufen und noch mehr Geld erlösen. Der nächste Käufer hat dann statt 8.000 Euro 18.000 Euro Miete pro Jahr, auch eine typische Rechnung. Also so oder so, das kann sich sehr lohnen. Absolut. Und noch lohner kann es sein, wenn man, wie gesagt, so lange wartet, bis das ganze Gebäude so marode ist, dass man sowieso nur noch abreißen und neu bauen kann. Denn wenn es dann entsprechend die Wohneinheiten so angelegt werden, dass man die möglichst gewinnbringend und das Volk bringen kann, dann kann man da ordentlich Rendite erzielen. Ein aktueller Trend sind so kleine Mikrowohnungen. Die haben dann irgendwelche Co-Living Spaces. Aber die eigentlichen Wohnungen sind zwar voll möbliert, aber, ja, weiß nicht, 15 Quadratmeter groß. Aber immerhin gibt es WLAN dazu. Das ist ja auch schon mal was. Und die können dann für, ja, man muss es so sagen, teilweise horrendes Geld gemietet werden. 1.000, 1.200 Euro für die paar Quadratmeter. Und damit lässt sich dann richtig Gewinn einfahren. Ja, dieses Co-Living, das ist übrigens wirklich interessant. Da können wir fast mal eine extra Folge daraus machen. Weil im Moment in Berlin, das habe ich gerade hier aus Bauämtern gehört, sind ganz, ganz viele Baugenehmigungen, werden angefragt zu diesen Micro-Living- oder Mikro-Apartment-Objekten. Also da passiert gerade einiges. Das können wir nochmal extra beleuchten. Das Problem jetzt aber wieder bei dem Leerstand nochmal. Wir wissen nicht so richtig, wie groß das Problem eigentlich ist. Also bei diesem Haus wie in Friedenau, bei diesem Geisterhaus, ist es offensichtlich, das sieht man und das kennen alle und darüber wird gesprochen. Aber wie viele gibt es denn noch? Und da wird es dann schon fast ein bisschen anekdotisch. Wer in den größeren Städten abends mal so in Neubauvierteln spaziert, gerne sind das solche Europa-Cities. Übrigens in Frankfurt kennen wir die und hier in Berlin auch. Die Geisterviertel. So, da guckt man in die Fenster und nach oben und dann wird man relativ häufig tatsächlich Dunkelfenster sehen. Also ganz augenscheinlich sind da Wohnungen einfach nicht bewohnt. Manchmal sind das auch Zweitwohnungen, die dann eben doch genutzt werden ab und zu mal im Jahr. Manchmal aber auch leer stehende Kapitalanlagen, einfach nur ein Geldparkplatz. Es gibt keine systematischen Datenbanken. Die Behörden sammeln das nicht und sind auch teilweise überfordert damit, nachzuschauen, wer wohnt, wie, zu welchem Preis. Und in manchen Städten haben sich deshalb private Initiativen zusammengeschlossen, die selbst so Fälle von Leerständen dokumentieren, quasi Graswurzelmäßig. Ja, und sogar dann versuchen, selber so viel Druck zu machen, dass etwas mit diesen Häusern passiert. Wo ich mir dann auch die Frage stelle, dürfen das die Eigentümer überhaupt? Und genau da wird es dann nämlich auch kompliziert. Denn ja, Eigentum verpflichtet. Und es gibt auch in Deutschland Zweckentfremdungsverbote für Wohnraum. Das besagt dann unter anderem, dass Wohnungen nicht übermäßig lange ohne Genehmigung leer stehen dürfen. Das Problem bei diesen Verboten ist, die gelten nicht überall. Jedes Bundesland kann das selber auslegen, wie das aussehen soll. Und zum Beispiel auch die Höhe der Bußgelder variiert da je nach Bundesland erheblich. Also da sind Margen zwischen 50.000 und 500.000 Euro drin. Also das bleibt den Bundesländern selbst so ein bisschen überlassen, wie sie das handhaben. Wobei ich sagen muss, ich glaube, die Vermieter, wenn die einigermaßen informiert sind, wissen die wahrscheinlich schon, welche Bußgelder es da gibt. Aber gut, manchmal kann man dem eben auch aus dem Weg gehen. Weil ein paar Monate Leerstand sind natürlich auch immer erlaubt. Also man kann ja nicht erwarten, dass man von einem auf den anderen Monat immer sofort einen Nachmieter findet. Manchmal dauert das zwei, drei, vier Monate. Und deswegen gibt es Übergangsfristen. Also in den meisten Ländern sind drei Monate Leerstand erlaubt. Da muss man sich nicht wundern als Nachbar, wenn das mal ein bisschen länger dauert. Dann aber wird es komplizierter. Pauschal kann man sagen, in den meisten Bundesländern sind zwölf Monate Leerstand erlaubt, wenn der Vermieter beispielsweise modernisieren will. Das muss man vorbereiten. Da sind irre aufwendige Kalkulationen mit verbunden. Die Frist mit der Modernisierung kann man sogar oft noch verlängern. Es gibt Fälle, in denen Häuser teilweise Jahre leer stehen. Ich kenne auch so einen hier wieder in Berlin in der Torstraße. Weil eine Modernisierung vorbereitet wird. Und dann werden noch Ersatzwohnungen für Mieter gesucht. Das wird auch immer komplizierter wegen dem Wohnungsmarkt. Also nicht jeder Leerstand entsteht aus böser Absicht, aus Mietersicht, sondern manchmal, weil die Vermieter wirklich was verändern wollen. Bin ich bei dir. Umgekehrt muss man aber auch sagen, dass viele Eigentümer schon auch sehr kreativ in der Auslegung oder soll ich sagen Ausreizung der gesetzlichen Bestimmungen werden. Also es wurde schon von Kollegen über Fälle berichtet, in denen so ein Handwerkerkommando mal hier so ein bisschen schraubte und dort so ein bisschen hämmerte, um Bauarbeiten vorzutäuschen. Und dadurch den Leerstand damit zu legitimieren, dass da ja eifrig gewerkelt wurde. Oft wird auch vorgeschoben, dass in der aktuellen Situation, wir kennen es alle, keine Handwerker zu bekommen seien. Und dass es sich deswegen so ewig hinaus zögere. Und wieder andere melden ihren Leerstand gar nicht erst an, obwohl das meistens auch nach einer gewissen Frist verpflichtend ist, sondern tun so, als seien die Wohnungen weiterhin bewohnt und gehen da teilweise sogar so weit, dass sie Namen an die Briefkasten kleben, damit es auch möglichst echt aussieht. Ja, da ist wirklich viel Kreativität. Aber die Ausrede übrigens mit den Handwerkern, die wird immer schlechter, weil ich jetzt gerade auch mitbekomme, dass tatsächlich wieder Handwerksunternehmen freie Kapazitäten haben wegen der Neubaukrise. Aber das nur am Rande. Also da können die Leute schon mal bei ihrem Vermieter nachfragen, wie bekommst du wirklich keine Handwerker mehr. Ja, es gibt noch andere wirklich harte Fälle. Da muss man mal hinweisen auf die Kollegen des Neudeutschen Rundfunk. Die haben da gerade ein paar interessante Beispiele gesammelt. Da haben Handwerker was ganz anderes gemacht. Da hat ein Vermieter die ins Haus reingeschickt und die haben dann da Badezimmer abmontiert, also die Fliesen abgeklopft. Damit haben sie die Wohnung offiziell als unbewohnbar hergerichtet. Und das gilt dann nicht als Leerstand, weil es ist ja praktisch keine Wohnung mehr, keine Mietwohnung mehr. Und dann bekommt man auch keinen Ärger vom Amt und kann einfach so lange warten, bis alle anderen Mieter total genervt ausgezogen sind. Und dann kann man das Haus verkaufen oder abreißen. Das hat der NDR auch in einem Fall so recherchiert. Ja, super. Ja, da sind der Kreativität quasi keine Grenzen gesetzt. Die Frage ist jetzt nur, wie gehen wir, wie geht die Gesellschaft damit um? Was lässt sich dagegen tun? Aus Hessen kommt jetzt ein aktueller Vorstoß von CDU und SPD. Die wollen ein Gesetz gegen spekulativen Leerstand in Ballungsgeräumen verabschieden. Die hatten schon mal ein Landesgesetz gegen diese Zweckentfremdung, über die wir eben geredet hatten. Das wurde allerdings 2004 außer Kraft gesetzt und ein neuer Anlauf vor ein paar Jahren ist auch wieder gescheitert. Wie genau jetzt dieses neue Gesetz aussehen soll und inwiefern das vielleicht sogar noch wirksamer ist, weiß man noch nicht so genau. Muss man abwarten, was die sich da überlegen. Aber es läuft darauf hinaus vermutlich, dass die leerstehenden Einheiten systematisch erfasst werden sollen, um sie dann zu verhindern oder zu beheben. Ist dann aber die Politik, die dann auch einfach den Willen da entwickeln muss. Das ist jetzt das Problem. Es ist die Frage, wie setzt du das um? Also wie kommt man solchen Eigentümern auf die Schliche, die einfach ihre Wohnungen über Jahre leer stehen lassen? Es gibt da einen Vorschlag von einem Forscherteam aus Wien. Die haben gesagt, naja, man könnte ja die Verbrauchsdaten erheben. Also nicht nur durch die Straßen laufen und gucken, wo brennt abends Licht und wo nicht, sondern gucken, wo wird Wasser abgerechnet, wo wird die Müllabfuhr abgerechnet, wo wird das Gas abgerechnet. Und sie sagen, am besten würde das aus ihrer Sicht über den Stromverbrauch funktionieren. Denn wenn ein Stromverbrauch unter bestimmten Schwellwerten liegt, ist das ein relativ sicherer Hinweis, sagen sie, auf Leerstand oder Unternutzung einer Wohnung. Also schon sehr raffinierte Methoden teilweise. Das müsste man natürlich wieder irgendwie erlauben. Da kommt das Thema Datenschutz wahrscheinlich hoch. Richtig. Und dieses ganze Gesetz, abseits von diesen Fragen, wie setzt man es dann konkret um, gefällt natürlich schon jetzt bestimmten Parteien nicht besonders. Also die Eigentümerverbände in Hessen haben sich da jetzt schon ein bisschen auf die Barrikaden gestellt und haben unter anderem der Frankfurter Rundschau gesagt, so ein Gesetz würde nichts ändern, aber Misstrauen und Denunziantentum in der Bevölkerung fördern. Also die haben da schon das ganz dicke Besteck ausgepackt. Das finde ich immer wieder erstaunlich. Also aus der Immobilienwirtschaft, wenn es da um Transparenz geht, dann kommen immer relativ schnell große Vergleiche, auch mit der DDR beispielsweise. Und ja, das hat natürlich einen Hintergrund. Manchmal haben die einfach kein Interesse daran, dass Transparenz hergestellt wird. Kann man sich denken, warum? Da muss ich aber sagen, als Hobbyökonom, grundsätzlich sind Informationen ein wichtiger Bestandteil eines funktionierenden Marktes. Weil überall dort, wo Preise nicht wirklich bekannt und transparent sind oder wo eben auch solche Eigentums- und Nutzungsverhältnisse unklar sind, da kann der eine Marktteilnehmer den anderen immer übervorteilen. Also der Vermieter kann dann irgendwelche übrig gebliebenen Mieter übervorteilen, aber eben auch das Amt täuschen gewissermaßen. Ja, da gibt es immer denn eine Verzerrung, wenn Informationen fehlen. Dieses Übervorteilen, da gibt es ja auch eine ganz klare Definition, das ist dann ein Marktversagen. Ja, wenn die Teilnehmer nicht richtig so agieren können, dass ein sinnvoller Preis und eine sinnvolle Transaktion stattfinden kann. Also da sollte jeder Anhänger von liberal ausgerichteten Märkten erst einmal überlegen, bevor man anfängt, sich über Transparenz hier zu beklagen. Mein Lieblingsbeispiel ist übrigens der Aktienmarkt. Das ist auch ein Exkurs, den ich gerne mal mache. Das ist einer der am härtesten regulierten und kontrollierten Märkte überhaupt. Seit den großen Börsenskandalen in den 80er Jahren an der Wall Street ist er aber sehr effizient und alle mögen den Markt. Und warum? Weil er so verlässlich und so sehr streng reguliert ist und es gibt furchtbar strenge Transparenzvorschriften. Das könnte am Wohnungsmarkt natürlich ähnlich sein mit einem Mietenkataster und mit einem Leerstandsregister und so weiter. Mit einem richtig guten Preisatlas und solche Dinge. Da sind wir aber weit davon entfernt. Bin ich bei dir. Wissen ist Macht. Aber man braucht eben nicht nur diese Informationen, sondern dann auch sowohl die Ressourcen, übrigens auch personelle, als auch die rechtlichen Mittel, um dann dagegen vorzugehen. Und da gibt es, was den spekulativen Leerstand angeht in Deutschland, einfach immer noch viele Schlupflöcher, die das möglich machen. Obwohl, muss man dazu sagen, die Behörden in vielen Fällen auch wirklich schon längst Bescheid wissen. Das ist übrigens auch in einem Fall, den ich noch kenne, so im Berliner Bezirk Steglitz. Das ist noch eine Anekdote aus Berlin. Und ja, die muss ich trotzdem noch schnell erzählen. Ja, Großstadt, Moloch, Berlin. Aber nicht überall kann die Welt so in Ordnung sein wie am Tegernsee. Nein, nicht überall. Und klar, das gibt es doch bestimmt auch nicht sowas, was ich da gesehen habe. Ich habe nämlich für ein Welt am Sonntag Artikel recherchiert und bin da auf einen irren Fall gestoßen. Da wohnt eine Mieterin seit etlichen Jahren, ich glaube seit sieben Jahren jetzt inzwischen, in einer 35 Quadratmeter Einzimmerwohnung. Und zunächst hat sie dann nur mit ihren zwei kleinen Hunden gelebt. Jack Russell Terrier sind das, glaube ich. Und dann kam der Partner dazu und vor eineinhalb Jahren noch ein gemeinsames Kind. Jetzt kann man sagen, die sind zu fünft gewissermaßen. Auf 35 Quadratmeter in einer Einzimmerwohnung. Die müssen sich ja stapeln. Ja, ich muss wirklich großen Respekt aussprechen gegenüber der Mieterin. Die hat das ganz elegant hinbekommen. Die hat dieses Zimmer, dieses eine Zimmer so toll aufgeteilt mit Vorhängen und mit irgendwelchen Accessoires. Also das ist wirklich sehr wohnlich. Aber was hat das jetzt mit dem spekulativen Leerstand zu tun? Ja, folgendes. Also in der gleichen Anlage, wo die wohnen, das sind so kleinere Wohnriegel aus den 80er Jahren mit, ich weiß nicht, 40, 50 Wohnungen insgesamt, stehen etliche Wohnungen leer. Und das gehört einer Eigentümergemeinschaft, ist also Einzeleigentum. Und eine von diesen Eigentümern ist eine größere Grundstücksgesellschaft. Und die haben ja mehrere Wohnungen in diesem Komplex. In dieser Grundstücksgesellschaft ist jetzt jemand verstorben. Und nun gibt es Streit unter den Erben und deswegen eine jahrelange Blockade bei den Neuvermietungen. Also die sind irgendwie handlungsunfähig geworden. Irgendwie insofern unverschuldet. Aber das zeigt eben auch, selbst wenn jetzt keine Absicht dahinter steckt, große Renditeabsichten oder so, bei privat vermieteten Wohnungen passiert immer alles Mögliche und alle möglichen Gründe entstehen genau dort. Dafür, dass es eine Wohnung einfach mal länger leer bleibt. Bei so einer größeren Gesellschaft, selbst bei Vonovia oder bei einer öffentlichen Gesellschaft oder bei kommunalen Unternehmen passiert so etwas nicht. Und die beiden Wohnen da jetzt oder die drei plus zwei Hunde fragen natürlich seit anderthalb Jahren nach, ob sie mal umziehen könnten. Und da sind fünf Wohnungen leer mit zwei Zimmern, mit drei Zimmern. Aber sie kommen da einfach nicht rein, weil sich da so ein paar Erben nicht einigen können. Was also tun gegen Leerstand oder wie kann man damit umgehen? Aus Mietersicht gibt es meistens schon mal einen interessanten Weg. In jeder größeren Stadt gibt es den. Online kann man da meistens fündig werden unter dem Stichwort Zweckentfremdung. Bei dem jeweiligen Wohnungsamt meistens. Dort werden übrigens auch illegal angebotene Airbnb-Wohnungen gemeldet. Aber eben auch Leerstand, da kann man auch meistens eintragen. Hier, ich habe eine Beobachtung gemacht dort und dort steht eine Wohnung leer, so und so groß und schon so und so lange. Und wenn die Behörden Bescheid wissen, wird meistens auch ein Verfahren eingeleitet. Für Vermieter ist das meistens auch eine gute Informationsquelle, das Wohnungsamt online gewissermaßen. Denn dort finde ich auch die Regeln, die vor Ort gelten, was Zweckentfremdungsverbote angeht oder auch mögliche Bußgelder. Das kann ja nicht unerheblich sein. Wer sich einen Überblick über die Situation in seiner oder ihrer Stadt verschaffen will, kann sich auch mal bei leerstandsmelder.de umsehen. Das ist eine Online-Plattform, die ihre Ursprünge in Hamburg genommen hat und mittlerweile deutschlandweit von gemeinnützigen Vereinen für die großen Städte betrieben wird. Und dort kann man sich wie auf so einer Karte anschauen und auch reinzoomen, wo im Viertel oder im Bezirk Wohnungen leer stehen, inklusive Angaben zur Dauer, zum Eigentümer und manchmal sogar zu Abrissgerüchten. Wer sich auf dieser Webseite selbst ein Konto anlegt, kann auch Leerstände melden. Diese Meldungen werden dann von den Vereinen auf Glaubwürdigkeit und Sachlichkeit geprüft und dann freigeschaltet. Aber die persönlichen Daten der Melder und Melderinnen bleiben anonym. Ein Blick lohnt sich. Man sieht zum Beispiel, dass allein in Hamburg und Berlin jeweils mehr als tausend Wohnungen als leer stehend gemeldet sind. Und am Ende ist es auch ein politisches Thema. Man kann auch mal in Kontakt treten mit den Kommunalpolitikern vor Ort, in der Gemeinde oder im Bundesland. Man kann denen Anreizsysteme vorschlagen. Zum Beispiel in Baden-Württemberg ist das passiert. Da gibt es inzwischen eine Prämie von 400 Euro von dem Bundesland für Gemeinden, die dafür sorgen, dass länger leer stehende Wohnungen neu vermietet werden. Also keine Prämie an Private, sondern an die Gemeinden wird aber rege genutzt. Die Gemeinden nehmen dann Kontakt auf mit den Vermietern und in einigen hundert Fällen, so hat das Bundesland gemeldet, hat das schon gut funktioniert. Jetzt habt ihr sehr viel über die wunderbare Welt des spekulativen Leerstands erfahren. Solltet ihr selber Erfahrungen gemacht haben oder vielleicht selber die letzten Bewohnerinnen und Bewohner in einem Geisterhaus sein, würden wir uns natürlich sehr freuen, mehr darüber zu erfahren. Schreibt uns gerne eine Mail an 2zkb.welt.de Dort könnt ihr natürlich auch andere Fragen oder Themenideen hinschicken. Auch gerne positive Bewertungen und Feedback oder auch Kritik und Verbesserungsvorschläge nehmen wir unter dieser Mail entgegen. Eine neue Folge Zwei-Zimmer-Küche-Bad hört ihr in der nächsten Woche und mit einem Weltplus-Abo und bei Apple Podcasts sogar schon zwei Wochen früher. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr konntet ein paar gute Informationen mitnehmen und ein paar Anregungen. Und ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.